So, hallo und herzlich willkommen zu einer wirklich anstrengenden Runde Helled Loose. Heute auf FOI im Warfare-Modus. Das ist grad ein bisschen Battle-Royal-mäßig, hier schießt jeder auf jeden. Oben im Gebäude. Also auch Freunde, auch Verbündete und... Rückrichtung. Ich versuch jetzt das Haus da vorne einzunehmen und dann versuch ich das Haus zu halten. Dann pack ich mir auch Minen unten rein und mal gucken ob das klappt. M.G. gehen sie rein. M.G.: Wenn sie hier Richtung Ping schauen... M.G.: Okay, dann suchen sie sich eine andere Position, die besser passt. Von hier kommt meine Artillerie auf meine Position. M.G.: Willst du nochmal pingeln? M.G.: Was ist denn Maschine? M.G.: Hier. M.G.: Hier. M.G.: Observe-Marker. Die kommen von hinter dem Baum. M.G.: E4. M.G.: E4. M.G.: E4 verstanden. Infanterie hoffe ich. M.G.: Garnis weg. Unser Garnis gefallen. M.G.: Oh, danke. M.G.: Außenposten ist heiß. Bitte schützen wenn möglich. M.G.: Kannst du mich retten? M.G.: Das bin ich. Ich sehe wer es ist vor dem Gebäude gerade rumgelaufen. M.G.: Mehrere. Drei Leute. M.G.: Hey da unten Medic. Kommst du hoch? M.G.: Dann leidet gar nichts zurück. M.G.: Liegt hier oben und stinkt nur rum. M.G.: Danke. M.G.: Hier gab es richtig nur unter Hafen. M.G.: Nicht nur sie. M.G.: Danke, danke. M.G.: Beine Netze natürlich fallen. M.G.: Von den großen Gruppen. M.G.: Ist ein Gebäude drin? M.G.: Ausgefallen. Ich kam nicht ran. M.G.: Stamm aus dem Postnusslade weg. M.G.: Arteinerie! M.G.: Anni, brauch sie nochmal bei mir und wir müssen süßlich nochmal nen Einstiegspunkt erzeugen, ja sicher dass die einfach einlaufen ich sitze im gebäude direkt vor verstanden die gar nicht erst heiß ich bin gefallen ich kann noch fern aus dem porten setzen 35 sekunden die hat noch 20 17 sekunden gibt es hier zumindest eine außenposten als notfall in Position die Feinde sind nördlich nördlich verstanden um außenposten steht zu mir die Hände über dich Mg halten sie die Position so lange wie möglich unterdrückungsfeuer salbenweise danke ja wenn ich halt entdeckte die Position ansonsten irgendwo in dem Boden du mal der geil alter du hast mir die ganze Zeit die Dinger gemopst bomba vorsicht ja vielen dank juri hinter dir ja das war unser bomba kann das sein möglich ja das war auf jeden fall unserer ja das ist unserer aber ohne ansage ja den haben so viele Gegner getötet und die Adi die zackte auch nochmal schön hat der eine Garni weggenommen? hast du ne Meldung über den zerfälte Garni? ne nur außenposten ne nur außenposten doch schießt du so auf den Punkt oder wie? ne versuchen sie weiterhin am Defend Marker die Position zu halten wir richten hier gleich nochmal eine Garni wo kam der her? der kam der kam südöstlich südöstlich verstanden das Gebiet hier wird jetzt durchsucht weiter können sie glaube ich nicht zwei Felder immer noch richtig haben wir haben zwei Felder verstanden danke das könnte sein die haben auf pingenden feindlichen Panzer verstanden wird durchgegeben hab einen Feind erledigt danke durchgegeben sauber ist ein Panther verstanden ich hab's weitergegeben alter meine Position höre Schüsse verleten 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 hab mich erwischt 3-2-5 von meiner Position zu ich versuche mich wegzubewegen dann einkolli auf der Deckung locken peak oh Headshot krass den hab ich aber jetzt gut eine mitgegeben aber wir halten zu gut auf die sind nirgends drin weil er so kann er halten minerals der war gerade damit geschaffen Ja, wohl, Herr Kommandant, Admiral-Offizier. Oh, noch ein Headshot. Gut, er ist Imperator, nicht General-Offizier. Ja, wohl, Herr Imperator. Ja, wohl, Herr Imperator. Du solltest dich besser. Feindliche Infanterie wieder am King eliminieren. Feindliche Infanterie markiert. Oh, hier auf pinken sehr viel Infanterie, Panzer und Infanterie, jede Menge. Verstanden. Wir haben mir kurz Nebel aufgetaucht. Der Stätiger. Okay. Ab den Keiner. Oh, Headshot. Aber nichts gefunden. Geil. Ich liebe dieses Pliegen. Oh, der Augentropft, ey. Sehr gut. Hat der Kanal, Entschuldigung. Er hat uns gelobt. Der Imperator hat uns gelobt. Okay. Aus, 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 aus. Der Digger. Scheiße. 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 Ich spiel jetzt raus. Ich spiel jetzt raus. Immer noch Infanterie in dem Bällchen. Zwei erwischt, dritter hat mich. Wir brauchen Unterstützung von Alpha. Markieren! Ingen! Banten! Achtung, du bist genau in der Schussliebe! Weiterer Feind! Auch im weiteren Feind 3 verändern! Verstanden nicht, markiert es auf der Karte! Dann kriegst du gar einen Spot! Weiter gehen! Sie laufen auch Richtung Nord-Ost? Mg, bitte Richtung Ping ausrichten, Infanteriemarkierung. Da kommt mindestens ein Spot. Unterdrückungsfeuer einleiten. Nächstes Magazin leerballern, salvenweise. Vom Wald kommt noch wer. Standen! Wir sehen leider noch nicht. Ja, aber auf jeden Fall links. Kann ich sie flankieren? Richtig? Ja! Headshot! Vor der Seite! Vor der Seite, wie sieht's in Norden aus? Ich halte Norden und äh... Westen und hier ist sehr viel Gegner, aber die kriegt man alle gut tot. Der Panzer, der Panzer hat sie ausgeschaltet. Verstanden, dann weiterhin viel Erfolg, das machen sie gut. Danke, danke. Ja, das weiß ich, ich hab's doch vorher angekündigt. Der Panzer hat das Wort ausgeschaltet, ich sehe nur noch einen Feind der Welt. Verstanden. Der ist auch weg. Der ist weg. Der Panzer hat alles erledigt. Das ist gezeichnet, den Anstiegspunkt müssen wir dennoch finden. Zwei weitere Feindler in Sicht, gepinkt. Danke sehr. Verlagere den Infanterie-Marker. Was gezeichnet? Neun Minuten, dann haben wir gewonnen. Wir haben noch keinen Punkt eingenommen. Zwei Schützen. Alter, bewegt sich jetzt in Deckung. Seid auf. Bewegt sich jetzt. Ja, wir haben den Crusader. Ne, nicht so viel, denn wird das schlecht. Was, was? Ich hab was gehört? Ah, ich wurde angeschaut. Ich kann mich nicht unterstützen. Das hat man schon Crusader, ne? Was? Was? Größenwahn? Ich gewinne. Alleine. Das war die Diskussion auf dem PS. Ich gewinne ganz alleine. In der Nähe meiner Leiche. Headshot. Anuras. Verteidigungsmarker bitte prüfen. Anuras. Verteidigungsmarker bitte prüfen. Anuras. Verteidigungsmarker bitte prüfen. Boah, ich scheine hier gut was zu treffen. Und gut. Wer soll ich denn an der Stelle hier? Größenwahn? Ich und Größenwahn? Ach nee. Wieso denn? Ich werde versuchen Infanterie dort zu flankieren. Boah, ich kann die kaum mehr kennen, Alter. Ja. Achtung. Feuer fällt. Headshot. Mg. Zurück in den Hardcap. Ja, ich bin tot. Panzer, Panzer, Panzer. Ja, die haben wir schon, danke. Wenn möglich zurück in den Hardcap. Headshot. Zwei nebeneinander jetzt. Zwei nebeneinander. Ja. Der kommt auf mich zu. Der kommt auf mich zu. Wir haben nix mehr. Kann irgendwer draußen rutschen oder gar nichts aufsetzen, auch voll. Leider nicht. Der kommt direkt auf mich zu. Wir haben leider gerade keinen Anstiegspunkt. Und ich versuche aus G hier rüber zu gehen. Bei dem Panzer ist auch viel Infanterie. Wir haben alles auf dem Punkt verloren. Delta 3 wurde in der Garnison vernichtet. Verstanden. Mit Rauchgranaten, wenn möglich. Ich hab keine, ich hab keine. Ich bin nur, hab nur... Dann verstreuen. Ich bin jetzt im Haus. Ich bin jetzt im Haus. ... Ähm, Gehe. Schießt du gerade auf mich? Ja. Oh Gott im Himmel, jetzt sind sie geil auf mich, ich muss hier weg. Die Pazze bewegt sich jetzt in der Zeit. Jetzt wird es hören, ich sehe. Okay, schade, der Punkt ist weg. Versuchen Sie trotzdem sich einzugraben und erstmal die Fahne dort festzunageln. Nicht direkt zurückfallen. Fünf Minuten, wenn wir die halten haben, der Feind darf aber auch nicht anfangen einzunehmen. Wir müssen den Bereich komplett da noch haben. Ich habe keine Magazine mehr in meiner Primärwaffe. Ich brauche Munition. Dann wohl selbst zu schießen ohne Munition. Wenn noch vorhanden ist, dann alles umwählen, was sie sehen. Die hacken mich mit dem Panzer hier, die wollen mich... Kann ich die Waffen vom Gegner aufnehmen? Die geht auch nicht, ne? Leider nein. Achtung, ich höre was rumlöst wie der Bomber. Bomber, Exo, bombt jetzt. Ich habe noch eine Panzerabwehrmine. Voll weit hin. Bordet, wenn du auf den Panzer schießt, schießt der hier rein, Galoppi. Ja, wir sammeln den Feu noch auf, okay. Und sind nicht aufgepasst. Die sollen vorne bleiben. Panzer, fährt jetzt quer hinter Feu. Nein, ah, ich bin tot. Verstanden, es wird weitergegeben. Schade, war ein schönes Leben. Aber jedes Leben hat man ein Ende. Und ich wollte jetzt versuchen, den Panzer nachzusprengen mit einer Mine, weil... Hat mir ein bisschen gefehlt an Munition für meine Hauptwaffe. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Falls ja, lasst bitte ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video und haut rein. Tschüss.